Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play New Super Luigi U. Im letzten Part haben wir hier diese beiden Abschlusslevel der Wolkenwelt absolviert. Einmal das Castle und das Luftschiff und jetzt... Es geht in den Wirbelsturm, Leute. Auf zu Peach Schloss, befreien wir die Gute. Das heißt, jetzt steht, wir sehen es schon, die Lava-Welt an. Ah ja, grafisch sehr hübsch gemacht, wie ich finde. Ich meine, wir kennen das Ganze schon aus dem Mario-Browns-U-Teil, aber ich finde die Idee irgendwie schon ganz gelungen. Ja, Bowser Jr., mal sehen, wie lange du noch was zu lachen hast. Okay, Peach Schloss 1 mag mal Schlossgraben. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt hier in dieser Welt auf uns wartet. Moment mal, konnte man da oben irgendwo... Gibt's hier was? Ne, okay, schade. Das fiel direkt so ins Auge. Da hätte ich doch jetzt gedacht, das wäre doch eine gute Möglichkeit gewesen. Was? Oh, 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 oh. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall den Kuppa-Panzer, um die... Oh Gott, nein! Verdammt, verdammt. Okay, das Ding sinkt also komplett ab. Die erste Starcoin ist behindert. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Aber das kriegen wir schon noch hin. Wow. Okay, wieder rein da. Weil ich weiß nicht, ob wir die anders kriegen. Wenn wir die von dem oberen Element hier ausschmeißen, dann sinken wir zu... Sinken wir nicht in die Lava. Aber dann fliegt der Kuppa-Panzer, glaube ich, zu weit. Oder? Ja, verdammt, verdammt, verdammt. Ich hab's mir gedacht. Okay, die ist echt nicht ohne, die Münze. Verdammt. Vielleicht, wenn wir die per Wall-Jump holen. Hm. Mal gucken, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir die einsammeln. Hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, ob das zweite Element, ob die synchron nach unten und oben fahren, sag ich mal, oder asynchron. Diese verdammten... Nein, wieso ist jetzt... Okay, egal, egal. Ich guck mir erst mal das weitere Level an. Wieso ist jetzt der Panzer da draufgegangen? Das hat mich jetzt ein wenig verwundert. Okay. Boah. Ich glaub, die roten Münzen... Nein, 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 nein. Ich riskiere es lieber nicht. Auch wenn es echt gut wäre, hier nochmal ein Item zu haben und irgendwie mehr Treffer abzukönnen. Okay, den Panzer nehmen wir mal lieber mit. So, jetzt. Oha. Hier könnte der vielleicht... Oder? Gibt's hier was? Okay, nur ein Ab. Boah. Okay, die Münze ist aber eigentlich kein Problem. Ich dachte gerade, vielleicht zerstört sich das da oben irgendwie jetzt durch die Lava-Bälle von selbst. Aha. Moment mal. Da gibt's doch bestimmt irgendwas hier oben drauf, oder? Na? Ah, ja, sehr schön. Aber ich hab's mir gedacht, ne? Weil dadurch, dass diese Lava... Oh Gott, ich sollte hier nicht so lange rumstehen. Dadurch, dass die Lava-Bälle von oben diese... Diese Wand zerstören, das machen die ja nicht zum Spaß. Na, nun ist das jetzt hier am Ende ein Secret Exit. Ja, genau. Klar. Schöne Statue mal nebenbei. Ich hatte das schon ganz wieder vergessen. Das war ja hier im ersten Level direkt der Secret Exit von der Lava-Welt, wo man dann jetzt auf den Wall da rechts draufkommt. Okay. Coole Sache. Das war jetzt fast mehr Zufall. Oder was heißt Zufall? Ich hab mir schon gedacht, dass da oben was ist, aber dass es jetzt der Secret Exit ist. Ich hab eher gedacht, dass wir da die dritte Münze finden. Aber gut, okay. Aber die erste und zweite. Ach Quatsch, die erste und dritte müssen wir jetzt natürlich noch finden. Und die ist auch nicht ohne. Wie machen wir das? Boah, verdammt nochmal. Die Münze hat's echt in sich. So, jetzt. Verdammt nochmal. Jetzt weiß ich auch, wie ich zumindest eben... Nein, 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 nein. Vielleicht sollte ich mir einen Fluganzug gönnen. Ich hab gedacht, dass man vielleicht das mit Walljump schaffen könnte, aber dafür war ich zu weit rechts. Ich glaub, ich mach's mir mal einfach und gönne mir einen Fluganzug. Oh je, nee, wir haben gar keinen. Also, wir haben natürlich jede Menge P-Eicheln, aber ob ich die jetzt dafür verbrauchen möchte... Naja, komm, egal. Wir können uns ja immer noch welche nachholen. Mopsi taucht zwar jetzt, äh... Taucht ja immer noch wieder auf. Wir haben es für ihn... Wir haben ihn... Och Gott, reden heute, Leute. Wir haben ihn zwar in jeder Welt gefunden, aber... Naja. Der taucht ja trotzdem immer noch mal wieder auf. Jetzt zum Beispiel in der ersten. Wer die P-Eichel nicht kennt... Man kann hier unendlich oft sich so nach oben ballern, so wie ich das jetzt hier gerade tue. Das ist der Vorteil an der P-Eichel. Boah, hoffentlich werde ich jetzt nicht, wenn ich da... Ich komm besser mal nach unten. Nicht, dass wir da getroffen werden. Das macht das Ganze natürlich erheblich einfacher. Allerdings, ich spare mir die Dinger immer gerne fürs Ende. Weil man weiß ja nie, was da noch so auftaucht. Oh, Moment. Sollte man da vielleicht lieber oben lang laufen? Wo bist du, letzte Starcoin? Aha, hier ist vorbei. Ich beende das Level mal, damit ich die erste Münze zumindest schon mal safe habe. Ich gehe noch einmal rein und wenn ich sie dann nicht finde, dann schneide ich die Münze wieder hinten dran, so wie bisher auch. Schauen wir mal. Aber einmal versuchen wir es noch, weil da ganz am Ende haben wir uns jetzt eigentlich noch nicht so viel umgeguckt. Irgendwo da müsste sie doch eigentlich sein. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Diese P-Eichel hält nur für ein Level. Das heißt, jetzt ist es quasi eine normale. Bisschen doof. Aber war das eigentlich schon fast Verschwendung eben. Naja gut, was soll's. Mal sehen. Wobei, die hätten wir jetzt auch gut mitnehmen. Nääää. Verdammt. Gut mitnehmen können für das Leben hier. Dann hätten wir uns das zumindest noch mitnehmen können. Vielleicht sollte ich mal in dem Moment, hier war der Secret Exit, auch oben nachgucken. Und ja, wobei, nee, Stampfattacken nicht so tief. Aber hier, vielleicht können wir hier irgendwie nach oben oder mal... Okay, das können wir nicht zerstören. Verdammt. Da kommt man aber nicht so ohne weiteres hoch, wie's scheint. Nee, von unten anspringen nutzt auch nix. Hm. Kommt man denn da rauf? Ja. Ach was. Aha, 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 aha. Zumindest der Grundgedanke war ja dann gar nicht falsch. Alles klar. Sehr schön. Ich hab mir schon gedacht, irgendwo da oben müssen wir noch was unter die Lupe nehmen. Da muss doch noch was sein. Aber es ist schon fies, dass die Münzen manchmal erst auftauchen, wenn man eine bestimmte Stelle betreten hat. Das hatten wir ja schon mal. Da war es auch mehr Zufall. Ich bin gut, hier hab ich mir jetzt schon gedacht, dass da oben wieder irgendwas sein könnte. Wo sonst? Aber, naja, okay. Ich mach dann jetzt direkt mal das Secret Level hinterher. Mal schauen, was haben wir denn hier? Das vierte ist das dann. Ein Aufstieg im Feuerbohnen. Okay, das klingt so, als würde die Magma steigen. Ja, 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 mit Sicherheit. Ach, die verschwinden auch wieder. Und das ziemlich zügig. Okay, das war doof. Schade um den Fluganzug. Na gut, was soll's. Auf ein neues. Ja, 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 verdammt schnell verschwinden wieder. Halleluja. Na gut, okay. Ist hier irgendwie in der Wand was? Nee, hier kommen nur diese... Aber diese fliegenden Münzen. Vielleicht kann man hier weiter in die Wand. Tatsächlich. Tatsächlich. Man kann wirklich hier reinfahren. Okay. Dann bin ich mal... Oh, oh, oh. Was war das? Nur der Pixel, Luigi? Ja. Okay, ich dachte vielleicht auch noch eine Starcoin. Kann man hier? Nee, hier kann man nicht rein. Also irgendwie eine Starcoin. Also hier geht's schon wieder raus? Irgendwie muss doch hier eine Starcoin sein. Da muss ich was übersehen haben. Ich kann mir irgendwie nicht... Da oben war eine. Mal gucken, ob das jetzt die erste ist. Aber eigentlich kann ich's mir nicht vorstellen. Doch, tatsächlich. Dann war da also... Nein, nein. Das war schön hektisch doof. Ach ja. Na gut, okay. Das heißt, da an dieser Seite ist nur der Pixel, Luigi. Da müssen wir also nicht unbedingt nochmal rein. Den haben wir ja nur schon entdeckt. Außerdem ist es mir auch nicht. Hab ich, glaube ich, schon mal gesagt. Pixel, Luigi ist nett, wenn man ihn gefunden hat. Aber wenn nicht, finde ich das persönlich jetzt auch nicht so schlimm. Okay, das heißt, das hier schenke ich mir. Auch wenn man da, glaube ich, ein bisschen... Ne, wobei, ne. Man macht gar keinen Boden gut. Das ist ja genau hier. Ja, ja. Ja, okay. Dann ist es ja echt eher unnötig. Hier diese Einkerbung. Nein. Auch nix. Verdammt nochmal. Aha. Aha, okay, okay. Da oben ist nochmal eine. Das Hirn, jawohl. Pilz. Den möchte ich bitte... ...haben. Nein. Ach, verdammt. Ja, so viel zum Pilz. Nein. Okay. Also ich glaube, allmählich zieht das Spiel wirklich ein bisschen an. So als in der Betrachtung von mittlerweile Stand, als ich die erste Welt gemacht habe, da habe ich gedacht, oh mein Gott, das wird richtig witzig. Im Sinne von sehr schwierig und dass ich mich bestimmt sehr doof anstelle an vielen Stellen. Habe ich sicherlich auch manchmal, aber ich denke, es ist alles noch im Rahmen und es ist dann doch nicht so schwer wie erwartet, schrägstrich befürchtet. Aber allmählich zieht es dann schon ein bisschen an. Und ich bin definitiv gespannt, was dann in der geheimen Welt... Ich weiß gerade gar nicht, wie heißt die eigentlich? Super Star Boulevard oder Regenbogen Boulevard? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, was uns da dann in dieser neunten Welt noch so erwartet. Na komm, erst mal das Item. Und dann bitte die Star Coin. Vielen herzlichen Dank. Boah. Bitte das Item nicht verlieren. Das hätte doch mal was, wenn wir uns das... Nein! Das war doof. Etwas mehr Geduld, Gordrak. Etwas mehr Geduld. Okay, das sind jetzt alles Level, die aber eigentlich... Wenn man so ein bisschen sich Zeit lässt. Man wird ja immer so ein bisschen dazu angehalten, sich zu beeilen wegen dem Zeitlimit. Aber wenn man das Ganze ruhig angehen lässt, sollte das eigentlich auch kein Problem darstellen. Wir schaffen das schon nicht, oder? Klar. Logisch. Diese Feuerwelle, die können schon nerven, auf jeden Fall. Ich lasse jetzt die Eisblume machen und hole mir erst die Münze. Nur so zur Sicherheit. Okay, haben wir nicht gebraucht, aber man weiß ja nie. So, und jetzt langsam. Immer mit der Ruhe. Okay, jetzt kommen die Blöcke. Jetzt die... Dadurch, dass die Feuerwelle die auch noch zerstören können, macht das das echt mies. Okay, und da ist die letzte Münze. Boah. Halleluja. Die Stelle. Nein, nein. Boah. Okay, die Stelle ist fies. Muss man sagen. Machbar, aber fies. So, und jetzt auf das Leben oben pfeife ich einfach ran nach. Bevor ich dann da wieder in die Lava stürze. Hauptsache das Level beendet und alle Star Coins gefunden. Sehr schön. Nein. Okay. Aber jetzt rennen wir natürlich nicht direkt weiter zum Castle, sondern schnappen uns erstmal Welt 2 und 3. Mal schauen. Das hatte ich echt völlig vergessen, dass sie über den Wall der Secret Exit ist. Also ich glaube, wenn ich den jetzt nicht durch Zufall eben entdeckt hätte, dann hätte ich den jetzt auch gar nicht direkt gesucht. Ein Scrolling Level, wenn man so will. Da habe ich ja Lust drauf. Dieser komische Nebel, ihr werdet es bestimmt kennen am Ende. Wenn wir da von dem eingeholt werden, man ahnt es sich ja schon, dann gehen wir drauf. So. Wo sind hier Star Coins? Aber ich habe das Gefühl, das Level hier wird auch nicht ohne. Oh, da unten ist Star Coin. Das heißt, wir brauchen die so tief, da brauchen wir verdammt. Kommt hier noch ein Kooper? Verdammt. Das scheint nicht so... Oh Gott. Und jetzt müssen wir auch allmählich mal hier Viecher loswerden, sonst holt uns gleich diese komische Brühe ein. Okay, dann haben wir jetzt Minimum die erste. Ich weiß nicht, vielleicht war es sogar schon die zweite. Okay, da ist die nächste Star Coin. Versemmelt. Oh, tatsächlich, das ist schon die letzte. Oh je. Das heißt, die zweite war das, die man da gerade in der Lava gesehen hat. Die ist auch echt mies, muss man sagen. Weil dadurch, dass so verdammt viele Viecher kommen, versemmelt man das schnell. Okay. Okay, das Level ist doch nicht so schwer wie gedacht, aber zumindest die zweite Star Coin. Und wo ist die erste, verdammt nochmal? Die ist dann doch schon mies. Naja gut, schauen wir es uns nochmal an. Wahrscheinlich auch wieder irgendwo weiter nach oben klettern. Also jetzt für die erste meine ich jetzt, die wir da noch nicht gesehen haben. Schauen wir einfach mal. Kreuzfahrt auf dem Magma Meer. Klingt ja malerisch, ist es aber nicht. Okay. Vielleicht zum Beispiel hier sowas, dass man hier irgendwie mal guckt. Ich wollte eigentlich sagen, ob man ganz oben drauf kommt. Aber sie kommt sogar da schon. Okay. Die erste ist ja dann kein Problem. Geh weg, du blödes Vieh. So, und jetzt die Kupplinge. Wir müssen sie auf jeden Fall. Komm her. Nein. Du Drecksvieh, komm schon direkt. Ja, sehr schön. So mag ich das. Erstmal die ganzen kleinen hier. Nein. Oh Gott, jetzt gehe ich am Ende noch drauf. Das war so klar, das war so klar. Ein Klassiker. Okay. Aber die zweite Münze sollte ja dann eigentlich auch machbar sein, solange man den... Ach, Moment, die erste Münze, genau, die war ja hier oben. Man muss halt den Koopa möglichst zeitnah finden und einsetzen. Was heißt finden? Zwei Stück kommen da ja runter. Es ist halt nur immer die Gefahr, dass man den an irgendwelche Monster verliert. An die Goombas hier oder sowas. So, wo kommt der erste? Da. Komm her. Direkt. Komm her. Nein. Egal. Schmeißen. Jawohl. Okay, zumindest das haben wir schon mal. Und jetzt einfach nur aufpassen, dass wir nicht drauf gehen. Verdammt. Nochmal. Oh shit. Und da kommt auch schon der... Ja, das macht's da schon. Nein. Nein. Der Goomba. Ah, doof. Ich glaube, ich gönne mir jetzt einfach mal ein Item, damit ich den Treffer mehr einstecken kann. Weil, ich meine, wir haben die Münze jetzt zweimal eingesammelt. Aber wir sind immer daran gestorben, dass wir uns keinen Treffer mehr leisten konnten. Wir waren ja immer nur groß, aber kein Item. Kann man den eigentlich hier... Ne, okay. Die dicken Viecher nicht, aber zumindest den Goomba. Ja, komm. Naja, Kno hier rum. Jetzt darf ich den nur natürlich nicht doof verlieren. So, da ist er. Komm her. Nein. Nein. Genau sowas habe ich befürchtet. Oh je. Oh nein. Und wir sind schon zu weit. Ich habe es befürchtet. Ich habe es befürchtet. Moment. Richtig. Ein... Einfrieren. Okay. Chance vertan. Ich wollte gerade sagen, wir könnten jetzt vielleicht auch noch einen Gegner einfrieren und den dann da drauf schmeißen. Aber das haben wir ja dann jetzt auch glureich in den Sand gesetzt. Ich glaube, ich werde es dann... Ja. Das war doof. Ich werde es dann jetzt so handhaben. Ich glaube, dann versuche ich die auch ranzuschneiden. Oder... Der wächst ja wortwörtlich über sich hinaus. Oder soll ich es nochmal versuchen? Ich weiß nicht. Ich würde schon gerne auch noch ein Level schaffen hier in dem Platz. Was meint ihr? Ha! Hat auch einmal... Versuche ich es noch einmal? Ne, ich gehe ins nächste. Ich gehe ins nächste. Wir haben die Münze ja jetzt gesehen. Wir wissen auch, wie es klappt. Ich schneide es euch dann noch hinten dran. Ha! Wobei, nein. Nein, nein, nein. Einmal probiere ich es noch. Ich will das Ding haben. Kann eigentlich nicht so schwer sein. Wenn es jetzt nicht klappt, dann lasse ich es. Im Prinzip, ich weiß gar nicht. Brauche ich es euch auch gar nicht hinten ran schneiden. Ihr habt ja gesehen, wie es geht. Wir haben sie ja zweimal geholt. Ich war nur leider zu doof, das zu überleben. Leider Gottes. Aber eigentlich sollte das schon machbar sein. Dadurch, dass diese ganzen kleinen Mini-Goombas auftauchen, verliert man den halt sehr schnell. Das macht die Sache ein bisschen nervig. Nein, wieso fallen die jetzt in die Lava? Jungs, macht mich nicht unglücklich. Was war das jetzt für ein Käse? Okay, Leute, dann gehe ich hier raus. Ich schneide es auch nicht ran. Ihr habt ja gesehen, wie es geht. Ich hole die dann einfach offscreen nach. Ist ein bisschen nervig, ein bisschen tricky, aber... Entschuldigung. Aber mit ein paar Versuchen sollte das dann schon machbar sein. Okay, drittes Level. Heiß genug. Ja, mir ist heiß genug. Danke der Nachfrage. Ich bin nämlich... Oh, 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 oh. Ich wohne nämlich in einer Dachgeschosswohnung. Und wir haben gerade irgendwie so gefühlte 100 Grad hier. Ist natürlich Blödsinn. Wir haben, weiß ich nicht, 30 oder so. Aber auf jeden Fall ziemlich warm. Moment, ich will da runter. Schaffe ich das? Genau. Kommt man hier durch? Nein? Aha. Aha. Aber mit dem Springen. Ach! Und der Pixel-Luigi. Da ist er. Okay, hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht in der Lava landen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Okay, jetzt aber. Die kriegen wir schon noch. Also ich sag mal, die Level sind jetzt gar nicht unbedingt... Ach, jetzt hab ich... Ich hab die Münze ganz vergessen. Die Level scheinen jetzt gar nicht so schwierig zu sein, wenn man sie einfach nur so durchläuft, sag ich mal. Aber die Münzen werden schon mieser mit der Zeit. So, Münze, wo bist du? Hier. Komm her. Genau. So sieht das doch schon besser aus. Und dann direkt nach unten. Boah. Dadurch, dass man nicht wirklich genau weiß, wann diese Feuerviecher kommen. Schon mies. Okay, jetzt. Jawohl. Sehr gut. Schade. Ich hätte gedacht, hier gibt es vielleicht ein Item. Oh. Ja, war so klar, dass die unten auftrauchen. Warum, warum, warum frage ich mich das eigentlich? Es war doch klar. Komm her. Jawohl. Und bitte nach hier drüben, damit ich safe bin. Sehr schön. Frostblume. Das ist... Oh, ja, 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 ja. Sehr gut. Mit einer Frostblume können wir nämlich, ihr habt gerade gesehen, diese kleinen Feuerdinger einfrieren bzw. zerstören. Feuer und Eis verträgt sich ja jetzt nicht unbedingt so gut. Sehr gut. Ach du großer Gott. Aber das heißt, wir hätten schon mal, boah, jetzt nicht sterben, bitte. Wir haben doch gerade so schön alle Münzen. Boah, das ist... fieser als es aussieht, weil man drückt springen und man ist in dem Moment manchmal noch nicht auf dem Boden von diesem Zahnrad, weil man da irgendwie in den Zwischenraum fällt. Okay. Aber hat ja dann doch gut hingehauen. Okay. Das heißt, jetzt wäre Castle Time. Und... Wie lässt mir das keine Ruhe? Wir haben gerade den Frostanzug. Ich wage noch mal einen Versuch hier, auch wenn ich jetzt vielleicht wieder klänklich scheitere. Das ist wieder so eine Frickelmünze irgendwie, ne? Also eigentlich... Wir wissen, wie es geht. Es ist machbar, aber... Man versemmelt es halt gerne mal. Was mich so ein bisschen wundert... Ach, da ist der Pixluigi. Habt ihr gesehen? Hier, jetzt im Boot hier. Man hat ihn gerade... Ihr könnt ja nochmal zurückspulen. Man hat ihn davor kurz gesehen. Was mich wundert ist, dass die Kuppers vorhin eben so komisch draufgegangen sind. Deswegen... Nein! Ich hab wieder alle Kuppers versaut. Ja, 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 ja. Ich geh raus. Ich geh raus. Wenn ich zumindest die Frostblume behalte, dann könnte ich ja auch einen Gumba einfrieren und da reinschmeißen. Vielleicht sollte ich mich mal gar nicht so auf die Kuppers fixieren, sondern einfach mir einen Gumba schnappen und darauf achten, dass ich vorher nicht einfriere. Da, jetzt seht ihr den Pixluigi an, den zweiten Feuervieh. Okay. Der ist mir aber auch vorher nicht aufgefallen. Ist zwar eigentlich sichtbar, aber trotzdem nicht so schlecht versteckt, sage ich mal. So, komm her. Ich nehm jetzt einfach den. Oder nein, 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 noch nicht den. Jetzt! Ja, genau. Und wir sind noch groß. Beziehungsweise sogar mit nem Item. Das sieht doch gut aus. Ja, aber jetzt nicht durch irgendeine dumme Aktion sterben. Ach, und jetzt, wenn wir es nicht brauchen, verdammt, kommt hier natürlich nochmal, Gucker. Irgendwie war das klar, ne? Nicht sterben, Luigi. Egal, was du tust, nicht sterben. So, komm schon den verdammten Feuerbruder. Ich mach's wieder knapper, als mir lieb ist hier. So, aber da sind wir. Okay, sehr schön. Dann haben wir die Münze auch geholt. Das ist mir schon lieber, wenn ich das, ich sag jetzt mal, live schaffe, aber manchmal, ich will ja die Parts auch nicht, äh, die Parts, die Level auch nicht hunderttausendmal machen, übertrieben gesagt. Dann schneide ich's euch lieber hinten dran. Aber gut, dann haben wir sie jetzt. Schön. Dann kann's im nächsten Part weitergehen mit dem Castle. Und dann ernähren wir uns allmählich mit großen Schritten dem Endboss und damit der geheimen Welt. Also, Leute, wenn's euch gut gefallen hat, hier im feurigen Level in Peachloss, dann gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Gordok. Ciao. Ciao.